Ich hab'n' Diskussion satt. Wenn ich mit einer Frau unterhalte, hab' ich noch lang keinen Sex. Ich ertrack' das nicht. Ich ertrack' das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Na, auf, hab' nochmal ab. Verbriss' dich. Weißt du was? Du bist krank. Wollen wir in diesem Mal auch wieder nicht festnageln. Die Aussagen dieser Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat ihn zweifelsfrei erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um neun Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Kannst du mal bitte die Tür? Kannst du da selbst machen? Das ist ja recht, bist du das. Ja, herrsagen. lugar packagedonalки und aussage nach sie. St� Untertitelung des ZDF für funk, 2017